Bevor du leben kannst, muss ein Teil von dir sterben. Du musst loslassen, was hätte sein können, wie du hättest handeln sollen und was du gerne anders gesagt hättest. Du musst akzeptieren, dass du die vergangenen Erfahrungen, die Meinungen anderer zu diesem Zeitpunkt oder die Folgen ihrer oder deiner Entscheidungen nicht ändern kannst. Wenn du diese Wahrheit endlich erkennst, wirst du die wahre Bedeutung der Vergebung dir selbst und anderen gegenüber verstehen. Von diesem Punkt an wirst du endlich frei sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!